Ich hab ja mal gedacht, man müsste Lieder richtig singen, damit sie auch in euren Ohren immer richtig klingen. Ich schrieb ne Menge Songs, die sollten alle etwas lehren, doch die Leute liefen raus, sie wollten mich nicht hören. Da hab ich mich gefragt, was kann ich noch besser machen, mir fiel doch nichts ein, ich musste herzlich lachen. Irgendwann bis nachts, da kam mir die Idee, ich könnt ja mal was ausprobieren, das Lied ist in F, aber ich singe in G. Ich sing jetzt einfach falsch, ich sing jetzt einfach falsch. Ich sing jetzt einfach falsch und ihr könnt nichts dagegen tun. Ich sing für den Applaus und ihr kommt hier nicht raus. Ich sing jetzt einfach falsch und ihr könnt nichts dagegen tun. Ich hab ja mal gedacht, man müsste immer richtig spielen, und wenn man sich nicht anstrengt, ist man einer unter viel. Stand auf jeder Bühne, konnt mich wirklich sehen lassen, fing ich erst mal an, gingen die Leute bald in Massen. Da hab ich mich gefragt, wie kann ich noch besser spielen, wie bin ich nicht bloß einer unter viel. Irgendwann bis nachts, da kam mir die Idee, ich könnt ja mal was ausprobieren, das Lied ist in F, aber ich spiele in G. Aber es hat Spaß gemacht, einzuspielen im Studio. Ihr wart ein fantastisches Buch. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.